Verehrte Zuschauer, liebe Trader und Freunde, hier spricht der Frank Schuh von Alliant River Live mit einer neuen Wochenanalyse im DAX-Index. Ganz kurz zum übergeordneten Bild im Tagesschart. Hier ganz kurz das Allzeithoch hier als Welle 1 gekennzeichnet, oben bei 16.300 Punkten. Nach unten hin auf einem Niveau von 11.797 Punkten die Welle 1 ausgeführt. Und hier die Welle 2, die, wenn diese Zählweise hier stimmt und das hier tatsächlich die 1 ist, dann wird die 2 bald zu Ende gehen, aber die schauen wir uns gleich genauer an. Weiter geht es dann, wenn diese Welle 2 abgeschlossen ist, was noch nicht ganz der Fall ist, dann geht es weiter mit fallenden Kursen in der Welle 3 circa im Bereich von 8.500 Punkten über einen längeren Zeitpunkt hinweg über diese Bewegung hier. Und jetzt geht es weiter im 4-Stunden-Chart. Hier ist die eben bezeichnete Welle 2. Und hier oben, das ist die obere Widerstandszone und hier unten die untere Unterstützungszone. Wir sind jetzt hier, wie auch schon mehrfach angekündigt, hier wieder von unten hochgelaufen in die obere Widerstandszone hinein. Das war absehbar. Aber hier wird sich ja jetzt bald entscheiden, ob die Zählweise, die ich hier an den Tag lege, stimmt oder nicht. Ich erwarte hier die Welle 2 ausgereizt im Bereich von 88,6 Punkten. Wir sind jetzt hier knapp über 80% aktuell. Und es wird sich also jetzt hier Montag wahrscheinlich schon zeigen, ob das hier dann dreht und damit meine Zählweise unterstützt. Oder ob es oben durchläuft, eventuell 100% Rücklauf überschreitet. In dem Fall werde ich selbstverständlich meine Analyse anpassen. Das kann passieren. Allerdings, und das mache ich immer so und erwähne es auch gelegentlich, ohne dass ich mich jetzt auf irgendetwas versteife, ändere ich meine Zählweise immer erst dann, wenn tatsächlich die Elliot Wave Regel es fordert. Das heißt, wenn wir hier in der Welle 2 weiter zurücklaufen als 100%, dann ist diese Zählweise hinfällig, dann wird sich hier etwas ändern. Also ich erwarte jetzt hier alsbald im DAX-Index hier oben einen Abschluss. Circa im Bereich von 15.750 Punkten bis 15.790 Punkten, so in dieser Range. Das Risiko ist beschrieben worden, wenn wir hier aus dieser grünen Zone nach oben deutlich herausschießen, dann werde ich diese Analyse überarbeiten. Das war es vom DAX-Index. Danke fürs Zuschauen der Frank Schuh von Elliot Waver Live.